Meine Damen und Herren, wir von der Regierung haben euch hier verschiedene Sachen gezeigt. Die Opposition hat ein paar Sachen gezeigt, aber ich glaube, ich kann euch bei jeder Einzelnen von diesen Sachen zeigen, warum im Glaube auch hier die Regierung gewinnt. Wir stehen für einen schnörkellosen Stab. Diese Seite steht für filigranes Blendwerk in den öffentlichen Gebäuden. Wir stehen für eine kritische Kunst. Diese Seite steht für ein kantenloses Zierwerk. Was hast du gegen Ästhetik? Diese Seite steht für gezielte Förderung von sinnvollen Projekten. Diese Seite steht für das Gießkannenprinzip und Verschwendung. Und zuletzt stehen wir hier für einen neuen und menschlichen Freund, äh, den Staat. Diese Seite hier, hier ist das alte Bild der Dekadenz. Kommen wir alle bereits zum ersten Punkt, der Funktionsweise. Wir haben uns gefragt bei diesen Gebäuden, das war die erste Frage, die Nikos aufgebaut hat. Was ist bei einem Gebäude wichtig für die Funktion? Wir bauen diese Gebäude aufgrund ihrer Funktion und wir haben uns gefragt, trägt diese Kunst, die da mit dem 1% an das Gebäude drankommt, irgendwie zu seiner Funktion bei? Nein. Die Opposition hat uns keinen einzigen Grund nennen können, warum das so sein sollte. Ruben hat dann als freier Redner endlich mal zumindest ein Argument gebracht, warum es so sein könnte. Aber lieber Ruben, wir glauben, das, worauf du eigentlich abgezielt hast, das war die Innenausrichtung an der Enten, nennen wir nichts. Wir packen da nach wie vor Teppich und so weiter rein. Wichtig ist nur nicht, ob das draußen Säulen hat, ob da draußen Marmorengel dran sind, ob das Stubverzierungen hat. Dadurch werden die Leute im Inneren nicht irgendwie in ihrer Effizienz beeinträchtigt oder so. Das ist, da kommen wir auch noch auf meinen vierten Punkt dazu, fehlt eher ein Mechanismus, der dazu führt, dass sich die Beamten überheblich führen, weil sie glauben, sie sein was Besseres und so weiter und das wollen wir nicht. Später gerne. Und dann, Julian, hast du gesagt, du möchtest ja im Grunde, dass das Ganze ästhetischer wird. Und wir glauben aber, was dich wirklich an Mainz stört oder was dich wirklich an einer Stadt stört, das sind nicht diese Gebäude, das sind die Kleinigkeiten. Was mir wirklich wehtut, ist nicht, wenn ich ein hässliches Gebäude sehe. Was mir wehtut, ist, wenn ich in einer dreckigen Straße einen armen Obdachlosen sehe, der dort schlafen muss, den Müll und sterben. Und das ist der Punkt, wo wir das Geld sinnvoll einsetzen können. Das ist der Punkt, wo wir uns wirklich denken, diese Stadt gefällt mir nicht, wenn Menschen darin leiden. Und wir glauben an anderer Stelle sehr sinnvoller eingesetzt. Eine Frage dazu. Ruben? Ja. Glaubst du nicht, dass es sich auswirkt, auf welche Art von Beamten also Lehrer und Richter wir kriegen, wenn wir so funktionale Gebäude haben, wie die 70er-Jahre-Bauten da draußen? Glaubst du nicht, dass da andere Leute kommen werden und diesen Job erledigen wollen? Also, wenn diese Richter tatsächlich nur deshalb Richter werden, weil sie sagen, sie möchten in einer überlegenden Position sein, sie wollen besser sein als der Rest, dann bin ich verdammt nochmal froh, dass diese Leute nicht mehr kommen, weil ich nicht von denen verurteilt werden muss. Und ich habe, ihr seht das alle ähnlich. Aber da kommen wir zum zweiten Punkt, der kritischen Kunst und diesem kantenlosen Zielwerk. Die haben die ganze Zeit gesagt, die Kunst, ja, die ist ja wichtig. Wir haben auch gesagt, die Kunst ist wichtig. Aber wir glauben, dass Kunst ein Ziel hat. Nämlich das Ziel, einen kritischen Diskurs in der Gesellschaft anzustoßen. Dass Kunst auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Jetzt müssen wir uns ja fragen, was steckt da dahinter, wenn man diese 1% vergibt? Wer vergibt die und an wen vergibt er die? Und dann haben die überhaupt nichts dazu gesagt. Warum haben sie nichts dazu gesagt? Ja, weil dann klar wäre, dass sie diesen Punkt verlieren. Konrad hat ganz klar gesagt, die Bauherren vergeben diese Sachen an bestimmte Künstler. Die Bauherren, wo man aber weiter die Punkte von diesen Ausschreibungen bekommen. Und wie bekommt man diese Ausschreibungen? Na, indem man nicht besonders auffällt. Indem man es einerseits günstig macht und indem man andererseits dafür sorgt, dass das eine negative Kritik bekommt. Oder indem man es schön macht. Und was bekommt denn negative Kritik? Na, im zweiten Falle kritische Kunst, weil da Kritik angeregt wird. Wofür bekommt man aber keine negative Kritik? Wofür bekommt man überhaupt keine Kritik? Na, für so ein paar Schnörkel. Die sorgen nicht irgendwie für den kritischen Diskurs oder dengleichen. Da, glauben wir, macht es keinen Sinn. Das ist keine Kunst, die für uns gewissermaßen ein Ziel oder dengleichen hat. Das ist einfach nur ein schnörkelhaftes Zierwerk, das wir nicht wirklich brauchen für die Funktionalität und auch nicht für den Diskurs. Der Diskurs wird angeregt, wenn wir beispielsweise sinnvoll kritische Projekte fördern. Wenn dein Problem ist, dass die Leute Kunst allgemein nicht zugänglich haben, lieber Johannes, dann gib ihnen einen freien Museumseintritt, wo dann tatsächlich von Künstlern selbst geschaffenen Werke ausgestellt werden. Wenn wir vom Staat entstanden sind, wenn es was gibt, dann brauchen wir das andere doch auch nicht mehr, lieber Nikolaus. Lennert, bitte. Später vielleicht muss noch weiterkommen zu dem Punkt mit der gezielten Förderung. Wir glauben nämlich, alles was diese Seite euch gezeigt hat, das waren ein paar einzelne Beispiele. Die haben gesagt, es gibt hier einerseits dieses Ost-West-Denkmal und dann gibt es hier noch diese NATO-Pistole. Und einerseits glaube ich jetzt zum Beispiel, dass diese NATO-Pistole vielleicht nicht unbedingt so toll ist wie UN-Pistole, die einen Knoten drin hat, wo man tatsächlich sinnvoll drüber sinniert. Andererseits glaube ich aber, dass sie mit dem Gebäude, wo ich da vorstehe, überhaupt nichts zu tun hat. Das kann man völlig unabhängig von dem Gebäude bauen. Das ist nicht fest, dass ein Gebäude verboten ist. Und wir haben nie gesagt, dass wir Denkmäler abschaffen wollen. Das Holocaust-Marmor in Berlin zum Beispiel, da ist überhaupt kein Gebäude dran. Das hat man auch gefördert. Sowas wollen wir fördern. Das ist zielgerichtete Förderung. Das hat einen Zweck, das sorgt dafür, dass es keinen Sinn hat. Aber wir wissen nicht, warum das Schuhgebäude jetzt ein Marmor in Friebe auf dem Dach haben muss. Da sehen wir nicht, was das für einen kritischen Diskurs anregt. Da sehen wir nicht, wo der Sinn hinter dieser Stafel ist. Dann nehmen wir doch lieber ein Holocaust-Marmor in Berlin. Und dann vielleicht noch etwas Geld für Obdachlose, ein neues Obdachlosenhaus oder eine neue Schule. Das halten wir für wesentlich sinnvoll. Und irgendwie müssen wir entscheiden, wofür wir das Geld zielgericht im Haus geben. Deswegen gegen dieses Gießkannenprinzip und für eine zielgerichtete Förderung. Julian. Weil mich das vorhin so erschüttert hat, kannst du bitte nochmal erklären, wie Obdachlosigkeit und Unverständnis für klassische Musik einhergeht? Ich weiß nicht, wie du jetzt dieses Unverständnis für klassische Musik unterstellst und wie du das mit den Obdachlosen verknüpfst. Ich hoffe, du stellst es nicht gleich zwangsläufig miteinander. Aber ich glaube durchaus, dass du beides haben kannst. Du kannst einerseits Geld haben, das dafür sorgt, dass Obdachlosen geholfen wird. Und andererseits kannst du beispielsweise auch in Schulen das Verständnis dafür vermitteln, was klassische Musik ist. Indem du das Geld sinnvoll zielgerichtet einsetzt. Indem du eben nicht diese Schnörkel hast, weil du Schule und das Obdachlosenhaus brauchst, weil wir insgesamt 1% mehr Projekte führen können. Genau dazu. Nein, danke. Und dann kommen wir hier zu dem einen Punkt, wo wir uns fragen, und das ist das, wo die andere Seite tatsächlich mal was gesagt hat, sie wollen nicht dieses Bild der effizienten Gesellschaft. Wir glauben aber, dass es unser Bild der Gesellschaft heutzutage ist, dass der Staat durchaus die Funktion hat, dem Bürger zu dienen. Der Bürger soll nicht mehr dem Staat heben, sondern der Staat dem Bürger. Früher war es vielleicht so, dass der einfache Bürger zu seinem Lehnsherrn in seinen Palast kommen musste, gedemütigt. Friede hat den Automaten angesprochen, der Automat ist doch nur ein weiterer Mechanismus, genauso wie diese unvollen Gebäude, um den Bürger seine Obdachlosen und seine Obdachlosen gegenüber dem Staat zu lehren. Aber das halten wir für falsch. Wir glauben, die Beamten sollten sehen, dass sie Diener des Volkes sind, nämlich das Volk ihre Diener, denen sie zufällig ein paar Gefälligkeiten schulden. Das ist das Bild, um das wir uns fragen müssen, was wollen wir? Und da hat Pega auch schon angesprochen, was hilft das sozusagen den Armen, wenn das Gebäude auch noch so unglaublich, meinetwegen trist ist, weil es keinen Schmuck und so weiter gibt. Wir glauben, den Armen hilft das beispielsweise insofern, als dass für dieses Gebäude Steuergelder ausgegeben werden müssen, die unter anderem auch die Armen bezahlen. Das ist immer ein Umverteilungsmechanismus. Wo steckst du das Geld hin und woher kommt das? Das Geld kommt wo rein, wo kann man es hingehen. Man kann auch tendenziell das Geld von dem Reich nehmen und anstatt es in das Gebäude zu stecken, die Steuern der Armen weiter senken. Da haben wir überhaupt nichts dagegen, aber wieso muss es in dieses verdammte Gebäude rein, das überhaupt keine Funktionssteigerung durch das Ganze erfährt? Hingegen, wie Konrad gezeigt hat, er dieses Bild des Staates vermittelt, der über den Bürgern steht. Und davon wollen wir uns lösen. Wir glauben im 21. Jahrhundert, in einer modernen Gesellschaft, sind wir soweit, dass wir sagen können, wir haben das überwunden. Der Staat dient den Bürgern, nicht die Bürger dem Staat. Die Kunst hat ein Ziel, dieses Ziel sollten wir fördern. Denn ziellose Fassade, das ist nichts, was wir brauchen. Und deswegen für diesen Antrag. Aber wir haben letztendlich etwas, was wir für diesen Antrag brauchen. Vielen Dank, Lennart. Vielen Dank euch allen für diese Debatte. Wir wünschen euch einen fröhlichen Mittag. Und ihr kriegt nachher irgendwann ein Ergebnis.